Wir kommen zu Tanja Kolbe und Stefanie Kampus und die 2.10. im Eistanz von Siebeerlebnis zu prängenden Mütterinnen, die viele Kollegen aus der Italien hier auch kennen. Ich sage nur, Rola! Ich sage nur, Rola! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und ist das eigentlich eine starke Belastung? Wir sind immer hin und her zum Ende zwischen Mailand und Berlin. Ja, aber wir sind dort wegen der Grenze unterwegs. So ist auch okay. Ich liebe Berlin, sie lieben Mailand und so ist alles zufrieden. Also immer schöne Abwechslung. Super, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.